Willkommen zum Kapitel 2, Einführung im Processing. In diesem Kapitel werden wir uns mit der Programmiersprache Processing auseinandersetzen und dazu schauen wir uns nicht nur die Programmierumgebung und die Programmiersprache selbst an, sondern auch noch ein paar Beispiele. Und die Beispiele, die wir umsetzen können, können wir uns gleich mal anschauen. So ähnlich können Beispiele im Processing aussehen. Wir haben hier unterschiedliche Formen und Figuren und das Gute bei Processing ist, dass man schnell grafische Formen, Animationen und Interaktionen umsetzen kann mit Programmiercode. Dazu abstrahiert Processing mehr von der Funktionsweise eines Computers. Man muss sich nicht so sehr auf die technischen Details konzentrieren und beschäftigen. Bei anderen Programmiersprachen wie C und C++ muss man erst einmal relativ lange etwas schreiben, bevor man irgendein Ergebnis sieht. Bei Processing geht das meistens schon mit wenigen Zeilen. Sieht dann zum Beispiel auch so aus. Also wir werden uns das im Detail dann noch genau anschauen, aber zum Beispiel diese wunderbare Pyramide da ist einfach mit diesen paar Zeilen umgesetzt. Und genau deshalb ist Processing auch besonders beliebt bei Architekten und Medienkünstlern und auch sehr gut zum Einstieg ins Programmieren geeignet. Wir haben vorher schon einige Bilder gesehen. Münzen wir diese einmal auf die reale Welt um. Klassische Künstlerinnen und Künstler verwenden Pinsel und Farben als Werkzeuge, um in ihrem Atelier wunderschöne Gemälde zu malen. Ähnlich wie in unserem Beispiel. Und damit wir als Programmierinnen und Programmierer kreativ werden und auch etwas zeichnen können, benötigen wir ebenfalls solche Werkzeuge und eine Art Atelier. Der Raum, in dem wir programmieren, ist der Computer und die Ausstattung, wie Staffelei und Licht, ist in unserem Fall die Software. Die sogenannte Entwicklungsumgebung ist die spezielle Einrichtung, die unseren Raum in ein Atelier verwandelt. In der Entwicklungsumgebung können wir die Programme entwickeln und die Bezeichnung Entwicklungsumgebung kommt aus dem englischen Integrated Development Environment und wird als IDE abgekürzt. Hier sehen Sie nun die IDE vom Processing. IDE ist die Abkürzung für das englische Wort Integrated Development Environment. Unser Atelier für diesen Kurs, in dem wir die wichtigsten Werkzeuge vorfinden. Um die Beispielprogramme in unserem Kurs programmieren zu können, ist es notwendig, dass Sie sich die Entwicklungsumgebung lokal auf Ihrem Computer installieren. Die Processing IDE ist frei und kostenlos verfügbar und kann von der Processing Website einfach heruntergeladen werden. Die Installation selbst ist auch keine Raketenwissenschaft, das werden Sie sicher hinbekommen. Die Anleitung, wie das Ganze detailliert funktioniert, finden Sie hier unter diesem Link. Wenn Sie die IDE heruntergeladen und entpackt haben, starten wir mit der Umgebung und schauen uns das Ganze etwas genauer an. Hier rechts befindet sich unser Texteditor, unserer IDE, in der wir Processing programmieren werden und auch schon Programme schreiben werden. Die Zahlen links hier beim Editor sind die sogenannten Zeilnummern. Im Moment wirkt das jetzt vielleicht noch ein bisschen leer, aber möglicherweise ist es jetzt ein bisschen besser, da jetzt auch Programmcode im Editor steht. Die Zeilnummern sind deshalb wichtig, weil wir dann leicht sagen können, in Zeile 5 befindet sich ein Fehler oder schauen wir nochmals in Zeile 7, da ist vielleicht ein falscher Wert angegeben. Schauen wir uns bei Processing auch noch die anderen Elemente an. Wir haben hier oben einen Play- und einen Stop-Button. Und wenn wir jetzt alles richtig gemacht haben und wir den Code auch fehlerfrei programmiert haben, dann können wir jetzt einfach mit Klick auf diesen Play-Button das Programm ausführen. Und man sieht jetzt ganz leicht, hier auf der linken Seite öffnet sich ein neues Fenster. Dieses neue Fenster ist das sogenannte Sketch-Fenster. Und Sie können jetzt ganz einfach sehen, dass Processing im Hintergrund den Programmcode, den wir auch vorher geschrieben haben, ausführt. Hier wird zuerst die Größe definiert, 500x500 und das ist auch die Größe hier dieses Sketch-Fensters. Wenn wir jetzt das Ganze schließen wollen, haben wir zwei Möglichkeiten. Entweder wir drücken hier rechts oben auf das X, oder wir klicken hier im Editor auf den Stop-Button. Der schwarze Bereich hier ist die sogenannte Konsole. Hier werden bei der Ausgabe zum Beispiel Fehlermeldungen angezeigt. Ist jetzt bei mir hoffentlich nicht der Fall, aber schauen wir mal. Nein, das Dreieck wird einfach gezeichnet, aber sollten Sie sich irgendwo beim Programmieren vertan haben, finden Sie hier nützliche Fehlermeldungen. Außerdem bietet Processing noch andere interessante Tools, zum Beispiel die Autoformatierung. Sieht man jetzt nicht viel, weil noch alles formatiert ist, aber wenn ich hier zum Beispiel bei Fill zwei Leerzeichen weggehe, dann wird die von der Autoformatierung wieder hinzugefügt. Auch noch interessant ist das Tool des Color Pickers, der Farbauswahl. Hier können Sie einfach eine Farbe auswählen. Das ist dann interessant, wenn wir beginnen, Dreiecke einzufärben, dann können Sie sich von dort gleich die Farben nehmen. Das waren jetzt soweit mal die Grundfunktionen. Weiter geht's mit unserem ersten Hello World Programm.